Nur hier, die Radio PSR Sachsensongs. 100% Supermix für 100% Sachsen. Jetzt, Tayo Cruz. Tayo Cruz würde so gerne auf Sächsisch singen. Und so würde das klingen. Jetzt in Europa, ja das ist wirklich starker Tobak. Auf den Besucher jeden Monat. Dort ist immer frisch gebohrt. Und nebenan plätschert der Elbe romantisch entlang. Radio PSR. Radio PSR. 100% Sachsen. 100% Sachsen.